So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Herr der Ringe Schlacht Mittelerde. Mal sehen, was wir jetzt angreifen können. Nichts. Okay. Drei Spezialfähigkeitenpunkte. Brotstoffe. Ich bin jetzt auf der Suche nach Spezialfähigkeitenpunkten. Man muss da ganz ehrlich sagen, dass wir hier die meisten... Also hier kriegen wir drei plus noch. Und hoffe ich mal, dass wir diesmal keine Festung einnehmen müssen. Sehr schlimm. Oh. Oh. Das ist anzunehmen. Ähm. Ja. Das ist echt schrecklich, dass die in jedem Gebiet mindestens eine Festung haben. Also einfach mal so rüberrennen ist echt extrem selten. Das Ganze zieht sich nur hin, weil sie dauernd ihre Tore zu machen können. Was ich ehrlich gesagt auch hochgradig unfair finde. Vernichtet alle Truppen, Gondors. Box? Box. Team 2. Ja, wir haben jetzt 10 Fähigkeitspunkte. Und sparen auf 20. Deswegen. Aber auch. Hier schon mal. Kommeln. weiter so. Urux. Befehlung. Aarrux. Du wagst, Eltern. Fühle meine Macht. Angriff. Marschieren. Nehmt ihr Land. Rennt ihre Dorfer nieder. Verschmettert sie. Auf sieh. Du 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 du. Erstmal den Ansturm hier vorne weg. Und die Kaffee. Da sind die Wölfe im Zaun. Karateam praktisch bei vorwärts. Das ist das. Wir teilen am Leben. Sie sind da drüben. Zuhören. Beflegung. Luft. Fließt sie auf. Vernichtet sie alle. Es ist richtig neu. Ich bin da drüben. Übertreib doch noch ein bisschen mehr. Und da muss ich schon. Niemand widersetzt sich dem Willen, Saruman. Ja. Du hast einen getroffen. So gut, dass wir da mal drüber geredet haben. Ich wollte zwar, dass meine Truppen zusammenkommen, aber nicht so. Oh Gott. Hörs mal. Weiter so. Eins, zwei, drei. Zählt. Zwei, vier, sechs, sieben. Sieben Schützen. Team eins. Erstmal vollfüllen. Ich müsste zwei Nahkampftrupps haben. Hier. Unbeschadet rausgekommen aus der Sache. Sehr gut. Drei Trupp, Sperrträger. Da brauche ich echt noch einen mehr. Dieser Roman hat es auch, sagen wir mal, überlebt. Und ohne Belagerungswerke kommt man hier echt nicht weiter. So, reicht das jetzt erst mal? Oh, sechs Schlachthäuser. Ich weiß ganz genau, dass ich das nicht mache. Machen wir uns auf die Jagd. Wenigstens stehen sie nicht in meinem Lager. Ja, ihr merkt schon. Die Festung nerven echt. Deswegen brauche ich direkt Belagungsmaschine. Also Belagungswerke. Wer ist der Feind? Bonnies. Weiter, weiter. Nicht zurückfallen. Befähigung. Befähigung. Ja. Hier Hm, er greift an, wer greift an, was greift er an? Drogenschützen Ja, schön Auge sauber uns Suchen wir mal nach deren dämlicher Feste Ich will schon im Norden gibt's viele Angriffe So, strömt alles aus dieser Richtung und okay Hier ist irgendwas Auch Festung gefunden, ne? Immer weiter Ja, immer weiter Das ist das Lager des Heidi, glittern den Zeit Eure Backen Wer sei hier? Der Übung Schneller Wir haben viel zu tun Wir haben viel zu tun Ey, die, ich mag die Viecher auf einmal Sperrträger halt nicht Schaut aus Wir haben viel zu tun Vorröcken D.h. auf Normal halten sie wahrscheinlich nur ein, zwei Angriffe von denen gegrennt In den Krieg Auf schwer ist es völlig irrelevant Das ist alles mit einem Schlag Auf schwer ist es völlig irrelevant Das ist alles mit einem Schlag Ja, die Tore sind offen Ich versuch's direkt mit rein raschen Ja, scheiß drauf Ja, scheiß drauf Durch Hm, ja gut, eine Einheit hat ja ausgesperrt Um zwei Ja, es ist auch ein Riesenfestung Machen wir uns auf den Weg Warum flackert das noch auf einmal? Ha, ich hab den Rest vom Team 2 gefunden Aber schön zu sehen, dass es hier noch Sagen wir alternativ Geh knacken So, wo werden jetzt noch Einheiten? Hier werden Einheiten Ja, ich hab keinen einzigen Stall vernichtet Ja, die Gebäude gehören dem Fein Ja, die Gebäude gehören dem Fein Na gut Welche Gebäude? Oder anders gefragt Darf ich das zerlegen? Ja, ich darf das zerlegen Festung ist da Was? Gleif an Komm zu mir, meine Diener Halst die Wölfe im Zaum Oh, macht das? Pfeiler! Herr Schott, wir werden denn Weiß um vier Lauf Steh Freize Bleiße Weg mit dem Gebäude So, du bist mit dem noch gar nicht fertig. Auf einmal hört der Ansturm auf, dabei habe ich hier gar keinen Ritter zerlegt. Ach, mir Gedanken. Überdenken. Hau drauf Saruman, bist hier nicht zum hübsch aussehen, das tust du nämlich nicht. Ja, aber ich sag mal, Brugenschützen sind eher minder nervig. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt kann Team 2 nämlich hier weggehen. Jetzt, wo wir das gesichert haben. Ja, Team 2 kannst du dann doch mal da hin. Ah, ein zweites Lager des Feindes, das ist schön. Ja, Saruman. Ich gehst dann am besten mit. Wir haben hier einfach nur Ressourcen gebaut. Also wirklich nur Ressourcen. Team 1, mein allerliebstes Bogenschutz. In dem Fall ja, am Post-Shit. Marsch! Mach unsere Waffen bereit! Nicht zurückfallen! Sklaven meines Willens! Narren! Das soll hier unten blaues gewesen sein. Ganz ehrlich. Ist nicht. Ja, das sieht mir sehr feindig aus. Ach verdammt. Bei denen habe ich ja noch gar nichts gemacht. Das ist schon ein paar Tage her, dass ich die letzte Folge gemacht habe. Äh, bei denen hatte ich ja keine Verbesserung mehr eingebindet. Ich habe zwei davon. Ja. Oh, super. Ja. Wenn ich da alle drücken muss ich nichts. Das machen wir. Das krieg ich hin. Ich weiß, dass der letzte Folge sein muss. Ja, wir müssen erstmal tonnenweise Uruks herstellen, damit wir einen Speerträger bauen. Ja. Okay. Oh! Was ist denn das? Wobei... Lasst ihn das mal... Ja, macht der Sprache. Kaum sichtbar EP. Ja, der Stützfunk ist ja komplett da. Überrennen wir den noch. Warum, man ist immer noch nicht level up. Müssen wir bedenken. Na, na, na. Wir haben wenigstens tier level up. Ah, da ist noch ein Bauernhof. Nein, du sollst angreifen. Das ist das Gegenteil, aber mach mal. Ja, er kriegt Sicht bei EP. Genau auf den. Also wenigstens level up sollte der noch haben. Wenn das Uro-Team hier mit. Ist das noch EP? Die sind sowieso... Ja. Sagen wir mal nein. Es gibt keine EP. Ja, lassen Sie zum Ende der Folge zerlegen wir den letzten Schlusspunkt. Oh, Mann, du darfst das Gebäude hauen. Nimm zwei Heulen. Doch, wir selber, weil wir uns im Weg stehen. Aber nur ein bisschen. Möge alle Welt, die Dunkelheit fürchten. Hm. Nee. Nee. Dunkelheit fürchten ist so negativ. So, 15 Veteranen-Einheiten. Okay. Es wird Zeit, die weiße Stadt zu vernichten und das Zeitalter der Menschen zu beenden. Bewegt mich nach Minas Tirith. Ja. Das ist natürlich unglaublich unpassend für mich. Ja, aber ich kann noch einen Angriff mit drei Spezialpunkten machen, weil ich hätte unglaublich gern den Balrog. Ja. Balfalas. Werde ich mal. Vielleicht sogar mit uns. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.